Hallo meine lieben Zuschauer von Barbit hier aus Rhein-Hessen. Eins direkt vorweg, das hier ist kein April-Scherz. Gestern Abend um kurz nach 8 hat der Kanal die 50.000 Abonnenten überschritten. Das ist der absolute Hammer. Also ich freue mich wirklich tierisch und sind wir mal ehrlich, wer hätte das vor über drei Jahren gedacht, dass das so werden würde. Vielen, vielen Dank an euch, weil ohne euch wäre es nicht zu dem geworden, was es heute ist. Es ist absolut grandios. Und um das Ganze ein bisschen mit euch zu feiern, plane ich im Umtanen einem 50.000 Abonnenten-Special. In dem Video wird es nicht nur um die Fragen aus dem 40.000 Abonnenten-Special gehen, die ich immer noch da liegen habe. Also entschuldige bitte, die werde ich auf jeden Fall noch beantworten und auch das auch nachholen. Aber dazu wird es ein Giveaway geben. Ich habe also fünf Themenpakete für euch zusammengestellt. Also fünf Gewinne wird es geben, jeweils so Pakete, Sets. Und jedes Set für sich wird ein absoluter Knaller, das verspreche ich euch. Das nehme ich aber erst nächste Woche auf und deswegen wollte ich einfach heute die Gelegenheit nutzen, euch einfach kurz Danke zu sagen. Also vielen, vielen, vielen Dank für die vergangenen Jahre und für inzwischen über 50.000 Abonnenten. Es ist grandios. Das Bergfest zu den 100.000 haben wir also somit geschafft. Mein großes Ziel, die silberne Plakette, ist jetzt sozusagen das nächste große Ziel. Das möchte ich mit euch zusammen angehen. Und ja, freue mich, wenn ihr meinem Kanal treu bleibt und ihn weiterempfehlt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die vergangenen Jahre. Vielen Dank für 50.000 Abonnenten. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. 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 Bis dann.